Sie brauchen keine Lautsprecher. Guten Tag und herzlich willkommen zu unserer heutigen Versammlung. Mein Name ist Soja und wir sind unsere Geschwister hier, egal aus welcher Nationalität, wir sind alle Geschwister hier, um die Freiheitsstimme und die Gerechtigkeitsstimme von Frauen im Iran zu sein. Für die Leute in Iran, die kämpfen momentan gegen den Mullah-Regime Iran und vor allem würden wir gerne uns bei euch herzlich bedanken für eure Mitkommen, eure Unterstützung. Die iranische Koordin Maksa Amini, 22, stirbt nachdem sie von der iranischen Moralpolizei festgenommen und ins Koma geprügert wurde. Ihre Verbrecht, ihre Haare waren nicht vollständig, mit dem Hijab bedeckt. Was besagt die islamische Kleiderordnung in Iran? Seit der islamischen Revolution 1979 gibt es eine strenge Kleiderordnung. Frauen müssen ihre Haare und ihre Hals mit einem Kuchstuch bewegen und mit einem langen Mantel ihre Vorfarbe bewegen. 2017 startet eine Welle von Protesten mit dem Hijab. Dozenten von Frauen nahmen öffentlich ihre Kuchstuche ab. Die Behörden haben seither Hältermaßnahmen ergriffen. Was ist die Moralpolizei eigentlich? Beamte suchen in der Stadt Frauen, welche unsachgemäße Kleidung oder den Hijab nicht richtig tragen. Und wir haften diese zu Unrecht. Diese geschieht legal und basiert auf dem Gesetz. Bei der Verhaftung handelt es sich um verbale Festnahmen, Missbrauch und vorkerliche Gewalt. Zielbuch, Frauen und Menschen, Menschen, Ammonia. Die Existenz der Moralpolizei ist eine Verletzung der Freiheit und Wurde der Frauen in Irak. Und was geschieht gerade in Iran? Masa Amini wurde am Dienstag vor der iranischen Moralpolizei gewahrsam festgenommen. Die Polizei behauptet, sie brucht einen unpassenden Hijab und hielt sich somit nicht an die sogenannten islamischen Kleider und Gesetze. Sie wurde bei ihrem Festnahme von der Moralpolizei brutal geschlagen, fiel ins Kummer und wurde kurz darauf hing tot. Die Bevölkerung demonstriert nun auf den Straßen Irans, die Polizei schluss auf die Demonstranten, welche für ihre Menschenrechte einstehen und rufen. Und wusstest du, dass die Frauen in Iran nicht in Leidungspositionen arbeiten dürfen? Wusstest du, dass die Frauen in Iran nicht in der Öffentlichkeit singen dürfen? Wusstest du, dass die ausländischen Filme verboten sind, weil die Frauen keine Kupfdurre tragen und vieles mehr? Und jetzt? Wie kann ich helfen? Wie kannst du vielleicht helfen? Indem ich nicht schweige, schweige und unterstütze die Unterdrücke. Indem ich auf die fiesische Aufmerksamkeit mache und diese auf den sozialen Medien teile. Wir setzen die Regierung unterdrücken, da sie internationale Aufmerksamkeit verrichten. Indem ich für die Frauen im Iran und die Bevölkerung bitte. Und jetzt sind wir hier aufzustehen, um unsere Geschwister zu unterstützen. Für eine Welt mit Gerichtlichkeit, für eine Welt mit Menschenrecht, für eine Welt mit Peace und Freiheit. Sei ihre Stimme! Sei ihre Stimme! Sei ihre Stimme! Sei ihre Stimme! Be their voice! Be their voice! Sei ihre pipes! Say her name! Say her name! Say her name! Say her name! Was heutzutage im Iran so läuft. Ich bin kein Aktivist, ich bin kein Politiker. Ich stehe hier, weil meine iranischen Freunde mich gebeten haben, auch als Deutscher hier etwas zu dieser Situation zu sagen. Ich bin Christ, ich bin Pastor einer Freikirche hier in Ilzen und wir begleiten geflüchtete Iraner auf die Ämter und in vielen anderen Lebensbereichen. Und wir hören, warum sie geflohen sind. Wir hören von Gefängnisaufenthalten. Wir hören von Folter. Nur weil jemand nicht im Sinne des Regimes handelt. Weil jemand etwas anderes glaubt und manchmal noch nicht mal das. Manchmal braucht man nur etwas anderes zu lesen oder die falschen Leute zu kennen. Keine radikale Literatur. Keine radikalen Terrorgruppen oder irgend sowas. Sondern man braucht nur im Besitz eines Buches zu sein, was dem Regime nicht gefällt. Im Besitz eines kleinen christlichen Buches zum Beispiel. Oder sogar einer Bibel, die man im Iran ganz schlecht bekommt. Man braucht nur erwischt zu werden, wenn man auf offener Straße mit einer Frau spricht. Oder eben als Frau, die den Hijab nicht richtig trägt. Und schon ist man nicht mehr sicher. Strafzahlungen, Gefängnis, Folter, all das kann die Folge sein. Ich stehe hier, weil ich Christ bin und viele meiner iranischen Freunde auch. Sie haben sich freiwillig entschieden dafür. So wie ich auch. Weil ich in einem Land leben darf, in dem Religionsfreiheit Teil des Grundgesetzes ist. Ich bin gerne Christ und ich bin begeistert von meinem Glauben. Und ja, am liebsten hätte ich es natürlich, wenn alle Christen werden würden. Aber dafür nehme ich doch keine Waffe in die Hand. Dafür kann ich doch keinen Druck machen. Dafür darf ich unter dem Dach der Religionsfreiheit ganz frei Werbung machen. Und andere dürfen das auch. Für ihren Glauben. Ich darf privat und ich darf sogar öffentlich davon erzählen. Ich darf Menschen freundlich einladen. Kann frei, was weiß ich, einen YouTube-Kanal oder einen Podcast veröffentlichen. Natürlich liebe ich meinen Glauben und ich bin begeistert als Christ von Jesus Christus. Als Christ bin ich von anderen Religionen nicht ganz so begeistert wie von meiner eigenen. Aber das darf ich sein, weil ich eine Überzeugung habe. Und in Deutschland darf ich das. Ich kann mit anderen ins Gespräch kommen. Ich kann sie fragen, was glaubst du und warum glaubst du das? Warum hast du die Meinung? Warum hast du die politische Überzeugung? Alles das dürfen wir in Deutschland. Wir können uns darüber unterhalten und uns an einen Tisch setzen. Und weil ich selber Teil einer kleinen Kirche bin, die von der Religionsfreiheit profitiert, geschne ich das auch anderen zu, dass sie ihren Glauben haben. Oder gar keinen. Darf jeder. Das ist Meinungsfreiheit. Das ist Religionsfreiheit in Deutschland. Ich muss nicht richtig finden, was andere denken oder glauben. Aber Religionsfreiheit bedeutet, dass sie es genauso leben dürfen wie ich. Ich meine, dass sie ihre Meinung haben würden, solange das andere in ihrem Leben nicht einschränkt, solange keine Gewalt im Spiel ist, solange keine Unterdrückung oder Diskriminierung im Spiel ist. Wir hier in Deutschland nehmen Demokratie und Religionsfreiheit als völlig selbstverständlich hin. Im Gerad ist das nicht selbstverständlich. Andersdenkende werden verfolgt der Willkür von Geheimdiensten, von der Religions- oder der Moralpolizei und leider auch staatlichen Behörden ausgeliefert. Die leider auch versuchen, sowieso ja es schon gesagt hat, die Aufstände, die es momentan gibt, vor der Weltöffentlichkeit zu verbergen. Über 50 Leute, andere sagen, es sind schon über 80 Personen, sind schon gestorben im Iran in den letzten Tagen, weil sie aufstehen gegen ein totalitäres Regime. Ich stehe hier, weil meine iranischen Freunde leiden, weil ihre Brüder und Schwestern, ihre Väter und Mütter, ihre Cousins und Cousinen im Iran für ihre Meinungs- und Religionsfreiheit kämpfen. Da sind freidenkende Muslime und Atheisten und auch Christen dabei. Wir gedenken dieser schweren Zustände und wir wollen darauf aufmerksam machen. Und Soja hat schon gesagt, was man als Einzelner auch dazu tun kann. Vielleicht sagst du es gleich nochmal. Ich stehe hier und ich kann nur von mir sprechen, ich stehe als Christ hier. Ich kann ja nur dafür stehen, wer ich bin und was ich bin. Andere stehen hier und glauben etwas anderes. Ich stehe hier für einen Gott, der uns die Hand hinstreckt, um uns zu retten. Der uns als Gegenüber erschaffen hat. Der uns eine eigene Meinung und eine eigene Entscheidungsfreiheit zugesteht. Der aber auch dafür steht, lieber unschuldig mit seinem Leben für etwas für die Überzeugung zu bezahlen, als gewaltsam jemand anderen von etwas zu überzeugen. Wir trauern mit der Angehörigen der jungen Frau im Iran. Wir trauern mit den Angehörigen derjenigen, die bei diesen Demonstrationen ihr Leben gelassen haben. Und einige Fotos können wir hier sehen. Wir stehen für diejenigen, die aufstehen, für Demokratie und für Meinungsfreiheit und für Religionsfreiheit im Iran. Und wir freuen uns, dass wir hier in einem Land leben können, in dem wir das können. Aufstehen, demonstrieren, Gemeinschaft zeigen und Solidarität mit den Menschen im Iran zeigen. Vielen Dank. Frauen leben Freiheit! Frauen leben Freiheit! Jetzt werden wir uns erheben für Frau und Freiheit und Leben! Jetzt werden wir uns erheben für Frau und Freiheit und Leben! Jetzt werden wir uns erheben für Frau und Freiheit und Leben! Hier werden wir uns erheben für die Möglichkeitbringen undreden. Ich glaube, era. Wir folgen Letsten Sieg. Es lebe Demokratie! Frauen leben Freiheit! Frauen leben Freiheit! Vek, vek! Vek, vek, vek! Vek, vek! Vek, vek! Vek, vek! Vek, vek, vek! Vek, vek! Vek, vek, vek! Untertitelung des ZDF für funk, 2017